So, dann schauen wir mal. Es ist halt so schlichtweg, wie ich sage, es geht um die einfachen Sätze. Man neigt dazu, die Sachen so unheimlich zu verkomplizieren. Das heißt, ob es jetzt andere gibt, und ich sage, wenn du dich einfach einmal in das Jetzt holst, und du machst dir bewusst, dass ich das darauf hinweise, dass ich immer von Vereinfachungen, von Vereinfachungen, von Vereinfachungen spreche, und zwar schlichtweg und einfach, weil ich muss in einer Sprache zu dir sprechen, wo du mit deiner Logik mitkommst. Und du verkomplizierst das dann immer wieder. Wenn wir das Beispiel machen mit persönlichen Solipsismus, oder mit persönlichen Solipsismus in der Richtung, gibt es überhaupt nicht. Das ist einmal das Eiererste. Es gibt verschiedene intellektuelle Programme. Und jetzt sagen wir einfach mal, wir nehmen den Gott, nehmen wir jetzt einfach mal einen Computer. Das ist diese simple Metapher. Und was du auf deinem persönlichen Leben, in deinem Traum zu sehen bekommst, in deinem Bewusstseinsbildschirm, das hängt. Letztendlich davon ab, welchen Intellekt du zum Denken benutzt. Das ist dieses blaue Ich, das blaue Leben. Und ob jetzt auf dem Computer noch andere Programme, andere Ichs mit drauf sind, die sind in dem Moment von dir aus gesehen sowieso bloß zwanghafte Mechanismen-KIs. So wie letztendlich dein eigenes Programm, dein jetziges Dasein, ja auch KI-gesteuert ist. Genau. Und jetzt kann man das ganz einfach machen, wenn wir ein Videospiel spielen. Dann steuerst du einen Avatar. Und der, der letztendlich das steuert, dein blaues Ich, das ist in dem Moment, ist das schlichtweg und einfach nur eine KI. Das ist ein zwanghaftes Müssen. Das heißt, irgendwie von Freiheit zu reden, ich sage, die erste Form von Bewusstsein beginnt in dem Moment, wo du erkennst, dass du überhaupt keine Freiheit hast. An Beispielen mangelt es nicht. Ich fange jetzt nicht nochmal an, die Sache mit der Kiste. Ich sage, egal was es ist, du wirst merken, du musst dich jeden Moment überraschen lassen, was dir einfällt. Ja. Wenn du zum Beispiel dich fragst, was koche ich heute, dann zuckst du dir das nicht raus, sondern dann wird irgendwas in dir auftauchen. Mhm. Und das können ja verschiedene Möglichkeiten sein und du wirst dann das kochen, wo im Selben am meisten das Gefühl von Zuneigung da ist. Das ist eigentlich in einer Kurzform mein altes Speisekartenbeispiel. Mhm. Und damit wird dir dann immer mehr bewusst, dass die Menschen, die in deinem Traum in Erscheinung treten, die glauben, wenn du jetzt beobachtest und fragst, welche, dass sie selbst Entscheidungen treffen. Dass das eigentlich absolutes Unbewusstsein ist. Das Bewusstsein beginnt in dem Moment, wo du erkennst, dass du als Avantar in deinem Traum überhaupt keine Freiheit hast, sondern das, was du tust, was du denkst, was du erlebst, steht und fällt mit dem Programm, das sich in dir abspielt. Und der Geist, der das akzeptiert, das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, mit dem Doppelschritt, dass du soweit bist, dass du sagst, ich setze mich, wenn ich mich schon als irgendwas denke, denke ich mich als träumender Geist. Ja. Ja. Und mit dieser Reihe, die man wirklich 20 Jahre wiederholen muss, bis man es ja verstanden hat, obwohl man glaubt, man hat es schon beim ersten Mal hören verstanden. Mein Doppelbeispiel, der träumende Geist und der Einfaltspinsel. Ja. Wenn ich mich da drüber erhebe, dann ist es erst einmal vom Tisch, dass ich irgendjemand, der in mir auftaucht, in meinem Traum, dass ich dem vorwürfe, dass er so ist. Wenn du das wirklich verstanden hast, wirst du mit nichts und niemanden mehr mitleiden. Und du wirst aber als Geist, der den träumenden Geist, die Informationen beobachtet, erkennen, dass du trotzdem reagierst wie eine Maschine. Ja. Ja. Aber das kriegt alles eine ganz andere Qualität. Da habe ich doch auch drüber erzählt, es kann durchaus was sein, ohne dass was ist. Zum Beispiel, wenn du dir einen Film anschaust, einen schönen Film, wo du zum Heulen anfängst. Und da kannst du deinen Körper beobachten, der sich in dir aufbaut, wenn du an den Körper denkst, dass dir nicht nur Tränen, jetzt alles ausgedacht, die Wangen herunterlaufen, vollkommen real, sondern dass du auch dieses Gefühl der Ergriffenheit kriegst oder eventuell das Gefühl von Egel, nur weil du irgendwelche Bilder auf dem Monitor siehst. So viel zum Thema Freiheit. Genau. Und das ist eine ganz andere Qualität. Es hat irgendwas, es wird ein bisschen spannender. Also ich würde ja nur, ich sage ja nur, ich habe einen Hauch von dem, ich würde ja einen Hauch von dem begreife ich jetzt langsam. Ich bin ja sehr vorsichtig mittlerweile mit dem zu sagen, ich verstehe. Das Sinne hoch jauchzen, zu Tode betrübt, wo viele erleben. Es ist dieses Gefühl von Euphorie, das du kriegst, weil du meinst, du hast was verstanden. Das ist ein klares Zeichen, wenn du in der Beobachtung bist, dass der nichts verstanden hat, weil dieses Objekt, das du ich nennst, wieder extrem einseitig ist. Genau. Da kann ich immer wieder nur auf meine Bergpredigt hinweisen, solange du in dieser Rolle drin steckst, hast du diese Illusion eines chronologischen Wechsels von hell und dunkel, von Hunger und Sattsein, von Freude und Leid. Wobei das sich alles relativiert, umso mehr du wirklich wertfrei beobachtest. Darum sage ich immer wieder, der wirkliche Beobachter, der werdet in keinster Weise einseitig qualitativ, sondern er schaut nur, was ist und wie die Sachen aufeinander reagieren. Und du hast diesen Satz, der Satz, der Bruch des zweiten Gebotes, der tauchte immer wieder auf. Und dann ist im ersten Moment der Bruch, ich breche etwas, ich mache etwas negativ. Aber nein, das ist doch beides gleichzeitig. Wenn ich diesen Bruch, die Mitte, die Ebene, aus der alles... B-Ruch heißt das dann mal im Geist? Ja. Wenn wir es rot machen, es heißt aber auch, das Ruch blau geschrieben, sind ja die vier Weltgegenden, die vier Weltgegenden, wie ich das immer so schön betone. Und das ist diese 1,4er Struktur, die du hast, die immer besteht aus These, Antithese, Synthese, also These, Antithese, die Synthese. Und in dem Moment der ausgedachte vierte, der sich diese drei ausdenkt, wobei der vierte in dem Moment auch etwas Ausgedachtes ist. Das ist zum Beispiel, das führe ich jetzt zum wirklichen Solipsismus, dass Solipsismus sich niemals bezieht auf irgendeine Person. Wenn ich zum Beispiel mal sage, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum, da müsste ich jetzt einfach wieder unseren Saal nehmen, wo 200 Mann drin sind. Und ich sage, in jedem dieser Köpfe befinden sich andere Bilder. Aber da diese Köpfe was Ausgedachtes sind und die Köpfe sich ja nicht selber bewusst machen können, was ist, ich kann das immer nur auf meinen Kopf beziehen. Ja, genau. Aber die Winkel, wo schaut er hin? Aber das sind immer deine Informationen, die nicht mehr existieren, wenn du sie nicht denkst. Und jetzt zu glauben, der sieht es ja trotzdem, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Das ist jetzt zum Beispiel wieder einer dieser tausend Sätze, wo ich sage, wenn du einen dieser tausend Sätze wirklich verstanden hast, hast du alles verstanden. Das beginnt, das ist hundertprozentig sicher, wenn du an etwas nicht denkst, existiert es für dich nicht. Und du bist jetzt ein träumender Geist, der du eigentlich nicht bist, weil mir am Anfang gesagt haben, das Erste, wenn du dich schon als irgendein Objekt vorstellst, vor dich hinstellst, aus dir herausstellst, dann mach zuerst einmal aus dir einen träumenden Geist. Weil in dieser Metapher kannst du dann dir klar machen, dass das erst einmal alles aus dir selber kommt. Das ist für die Sachen, die in deinem Kopf in Erscheinung, in deinem Kopfkino in Erscheinung treten, das wäre jetzt praktisch dieser ausgedachte träumende Geist symbolisiert, einen ausgedachten roten Kopf, der eigentlich gar nicht denkbar ist, dass du immer nur das siehst, was jetzt da ist. Es existiert nichts anderes. Diesbezüglich ist eine ausgedachte Vergangenheit auch hier und jetzt und eine Zukunft auch hier und jetzt und was nicht gedacht wird, ist nicht. Und alles, was man jetzt auffächert, ob es das gibt oder ob es das nicht gibt, ich sage, der nächste Satz, es wird immer für dich so sein, wie du das mit deiner Logik für dich selber definierst. Das ist der Satz der Sätze. Und solange du dir noch in den Kopf zerbrickst, von mehreren Möglichkeiten, welche davon richtig ist, ist das ein klares Zeichen, dass du dich noch in der Ebene der Perspektiven befindest. Ein anderer Satz. Ich versuche dir mit Worten was zu erklären, dass durch jedes einzelne Wort, das ich ausspreche, zerstört wird. Das ist das, was die Esoterik, die Stille nennt, das Undenkbare, wo du dich auch nicht hinmeditieren kannst, das bist du schon immer gewesen, du hast es bloß vergessen. Weil du ich bist. Und das ist die, wo ich immer wieder betone, ich spreche jetzt zu dem Geist, der mich jetzt ausdenkt. Der jetzt den Udo sprechen hört, ich bin jetzt deine Information. Das meine ich hundertprozentig toternst und das ist ein hundertprozentiges Faktor. Was du dir natürlich jetzt unter dem Wort Udo vorstellst, und da kann man immer nur wiederholen, mach dir bewusst, was jetzt real ist. Dann wirst du ganz klar feststellen, dass eine Lautsprecherstimme, die spricht aber nicht nur mit der Stimme vom Udo, sondern im selben Moment auch mit einer Stimme einer ausgedachten Kerstin. Dann sind da die zwei Pixelmännchen. Dann kannst du dir ja den Menschen Udo ausdenken aus Fleisch und Blut, aber der ist jetzt ein reines Konstrukt, eine reine feinstoffliche Information in dir. Genauso wie eine Kerstin und jetzt mache ich immer den Sprung, dass ich so, und jetzt denke an dich selber. Und dann wirst du feststellen, jetzt ist plötzlich dieser körperliche Trockennasenaffe da. Ja. Und jetzt können wir Sachen erschaffen, da habe ich so viele Beispiele, dass ich jetzt außen nichts was erschaffe, indem ich sage, jetzt denk an deine Beine und wackel mit den Zehen an den Beinen. Mach das. Wo waren die jetzt die ganze Zeit? Ach, die waren nicht da. Darüber gibt es nichts zu diskutieren. Du kannst immer nur feststellen, wie hartnäckig du immer wieder mit deiner Rechthauberei runterfällst, wie sich Ängste in dir aufbauen. Das ist tausendmal wichtiger, wie wir da auffächern. Und ich habe es so oft erklärt, dass ich das parallel laufen lasse. Es ist wirklich ein Wissen aus einer komplett anderen Welt. Ja. Es geht dann so hart und so herzlos, wenn ich sage, die Figuren in deinem Traum interessieren mich nicht. Das sind wirklich nur Protagonisten. Selbst der, der du zu sein glaubst, ist eine vergängliche Erscheinung. Wenn wir jetzt du auf den Körper beziehen, ich kann nicht zur Stufe höher gehen und ich kann auf den Menschen, der du zu sein glaubst, das Programm ist genauso vergänglich, wenn du das durchschaut hast, wirst du das nächste Programm machen. Das nennt man dann Reinkarnation. Aber die Frage ist, durchrasterst du die immer wieder in einer totalen Vergessenheit oder kommst du irgendwann einmal in einen Bewusstseinszustand, dass du ganz bewusst die Rolle spielst. Das ist dann das Wiederauferstehen. Mhm, genau. Was ich jetzt der Figur Udo in deinem Traum zuspreche, aber der wiederum, der zu dir sagt, ich bin ja jetzt nur eine Figur in deinem Traum. Wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Geist. Es kann nur aus Geist entspringen und jetzt spreche ich dir einen speziellen Geist zu. Oh, es gibt nur einen Geist. Merkst du, auf der Ebene muss ich laufend hin und her trampeln. Ich scheine mir zu widersprechen. Nein, ich wechsle nur die Perspektiven. Und das ist das, was ich Geistesfunk nenne schon immer. Es gibt nicht viele Geistesfunk. Es gibt einen Geist. Das wäre der Computer. Und der hat eben, wenn du einen Bildschirm hast, hast du nur ein Programm laufendes auf dem Bildschirm. Das ist wie wenn du am Computer die Tabs umschaltest. Du zapst schnell auf Skype und dann gehst du wieder auf YouTube ins Internet und dann schaust du vielleicht in Gematrie Explorer, das ja Internet ist. Das ist eine andere Internetseite, ist aber immer noch der Internetbrowser. Dann springst du vielleicht, wenn du in die vergehst, dass du den Denach offen hast, das Denach-Programm. Du hast immer nur die Bilder auf dem Bildschirm. Jetzt können wir natürlich ein Splitscreen machen. Das, was wir jetzt zum Beispiel jetzt haben. Wir haben eine Kerstin auf dem Bildschirm und wir haben einen Udo auf dem Bildschirm. Aber das ist keine Kerstin und kein Udo. Ein Arrangement von Pixeln. Und das ist schlichtweg und einfach die schöne Erklärung, was ist eine Illusion. Exakt. Ja. Und wie gesagt, es gibt ganz wenig, wenn wir jetzt ganz bewusst wieder, wie ich das nenne, raumzeitlich reden. Und du wirst mittlerweile wirklich nur Menschen finden, die sich mit Holofilling auseinandergesetzt haben, die das checken. Es gibt viele, die sich mit Esoterik, mit Religion, die Welt ist eine Matrix, in dir auftauchen. Aber da fällt der Wesentliche Kahn. Es ist praktisch, nahezu unmöglich jemanden zu finden, der so extrem das zweite Gebot richtig auslegt, dass ich sage, verdammt nochmal, mach dir kein Bild von irgendwas da draußen. Du träumst jetzt. Es kann nur hier und jetzt in deinem Kopf sein und es kommt aus dir. Ja. Und der Sinn ist es nicht, warum sage ich, halt den Mund. Du hast überhaupt keinen zu missionieren, was ich aber jetzt auf der anderen Seite nicht sage, dass du dich nicht mit Menschen unterhalten darfst, wo du immer mehr innerhalb als Mensch mit Menschen reden innerhalb deines Traums. Der Avantaar unterhält sich praktisch mit anderen Figuren im Traum, was extrem real ist. Aber es bleiben trotzdem deine Informationen, aber da wirst du immer mehr merken, wo ich ganz gezielt sage, wie unendlich geistlos die Menschen sind. Alle. Weil Erscheinungen sind im Prinzip losgemachter Geist. Richtig. Und jetzt ist natürlich, Sprache wird jetzt sehr, selbst bei mir könnte ich viel bemängeln, wenn ich immer wieder in die Normale, wenn ich sage, ich rede normal, Geist, den Geist, den man besitzt, du kannst Geist nicht besitzen, das kann man nur sein. Man kann kein Bewusstsein besitzen. Und immer wieder auf dieses, was Wissenschaft ist, geht eh immer wieder auf das Gehirn und geht auf Vergangenheit. Es ist so unendlich hartnäckig zu glauben, dass eine Form, die jetzt dein Geist annimmt, dass das vorher passiert ist, bevor du es denkst. Oder wie ich immer wieder sage, dass ein Gedanke, den du jetzt denkst, dass du mit den Gedanken nichts zu tun hast. Mit wem sollte denn ein Gedanke sonst was zu tun haben? Alles, was jetzt nicht real ist, sind nur deine Gedanken. Wenn du eine Zeitung liest, egal was du magst, was du interpretierst, sind nur deine Informationen. Das ist hundertprozentig sicher. Richtig. Und wie hartnäckig ist der Glaube, dass das Zeug dann trotzdem da außen ist? Ja. Und jetzt wird es ja nicht, wenn wir jetzt, wir machen einmal, wir schmeißen uns jetzt einmal mit einem Wort im BC hoch. Wenn wir jetzt den BC denken, ist die große Frage. Gibt es am BC, wenn wir nicht daran denken? Und jetzt kommt dieses Aufsplittern in einer Kastinwelt mit Sicherheit nicht. Aber ein BC-Programm, wenn du Geist, ich könnte jetzt gleich sagen, wenn ich, weil es ist ein Selbstgespräch, wenn ich das BC-Programm laufen habe, lebe ich bloß in der BC-Welt. Das ist ja das, was ich jetzt als Udo mache. Ich hole mich ja selber aus der Scheiße raus. Aber dabei geht es nicht um die Figur. Es geht mir um den Geist, der sich hier in diese Logik einsperrt. Das ist die Gefängniszelle, die ich aufmache. Die Namen können wir jetzt austauschen. Wenn wir jetzt da Luzang oder Kerstin oder BC oder egal, welche Namen wir nehmen, das sind alles ich. Darum heißt es, ich bin du und du bist dich und wir sind alle. Genau genommen sogar alles. Jede Gedankenwelle, die mir aufschmeißen, kommt aus dem, der immer ist. Und der, der immer ist, der kann nicht in Erscheinung treten. Das sind die Tricks. Und wenn du Geist bist, wirst du das irgendwann verstehen, wenn du es oft genug wiederholst. Und da gibt es keine Diskussion, ob was stimmt oder ob es nicht stimmt. Das ist kein Beobachter. Richtig. Das musst du dir jetzt bewusst machen. Wie hat mich ich diese Rechthaberei noch in dir, wenn du mit irgendeinem diskutierst? Ich diskutiere nicht. Du kannst dir Selbstgespräche anhören. Jetzt haben wir ganz bewusst uns vor 20 Jahren Almener. Dieser alte Satz, ich diskutiere nicht, ich führe jetzt einen Monolog. Diskussion ist ein Kampf um einen Standpunkt. So überwindest du die untere Ebene der Perspektiven nicht. Das ist auch wieder so ein Satz. Wenn du den verstanden hast, hast du alles verstanden. Jetzt tauchen da dir permanent in dir Figuren auf, meistens nur als Schriftzeichen, wo du dir welche ausdenkst, die diskutieren. Das kann teilweise, ich behaupte jetzt nicht, dass das schlecht ist. Im Gegenteil. Ich habe dann wieder einen kleinen Satz, der auch wichtig ist. Du hast eine, wir gehen einmal in die Brösel-Ebene. Du Brösel hast eine andere Meinung, wie ich Brösel. Denk an die Tasse. Ich streite mit dir nicht, dass meins richtig ist, weil das, was du behauptest, für mich hanebüchend ist und mir die Haare zur Beige stehen lässt. Sondern ich sage, hoffentlich siehst du was, was ich nicht sehe und ich sehe was, was du nicht siehst. Warum setzen wir uns nicht einmal geistreich zusammen und schauen, was muss das jetzt als Ganzes sein, was uns so widersprüchlich erscheint, wenn man vom selben Thema redet. Und ich rede jetzt nicht von den faulen Kompromissen, dass ich immer wieder sage, du hast eine Führerscheinprüfungsbogenwelt und was ich dir zur Zeit aktuell, das ist natürlich eine Frage, wenn du das Video dir anhörst, du kannst es nur jetzt anhören, wenn du unten auf das reingestellte Datum schaust und du sagst, das ist fünf oder sechs Jahre alt, wirst du feststellen, dass das, was ich jetzt anspreche, ein Schnee von gestern ist. Aber das passiert immer. Das Rote jetzt ist extrem komplex und da musst du dir wieder Sachen rausziehen. Denk an mein Beispiel mit der Stadt im letzten Selbstgespräch. Und ich nehme jetzt einmal unsere aktuelle Politik. Das zeigt dir diese unendliche Erbärmlichkeit und die Verlogenheit dieser Politiker. Diese Machtgeilheit. Da gibt es nichts zum Schönreden. Das ist auch nicht einseitig ausgelegt, das ist einfach das, was ist. Wenn man jetzt, ich habe jetzt extra physiognomisch und in der Rhetorik etwas eine Emotion in die Stimme hineingelegt. Das ist nämlich sehr wichtig, weil da schwingt ja nicht in den Worten noch was mit. Ich mache mal ein kleines Beispiel, dass ich, wir gehen in Ich bin, du zurück. Und ich sage, wir können einen und denselben Satz, obwohl wir den gleich hinschreiben, können wir die Worte anders auslegen. Wir können aber auch durch Emotion, nur durch eine andere Aussprache-Rhetorik, einen anderen Sprachrhythmus, den Satz komplett verändern. Das ist das Beispiel, pass auf, wenn ich jetzt ganz neutral spreche, ich sage einmal hier, da ist ein Ich-O-B und da ist einer, der sagt jetzt folgendes zu Ich-O-B. Okay, beweise mir, dass du wirklich der Menschensohn bist und dann glaube ich dir alles. Okay, jetzt könnte ich das ja wenn anders, das ist so, ich füge ein paar Worte hinzu, aber nur, dass du weißt, um was mir geht. Beweise mir zuerst einmal, dass du wirklich der bist, der du zu sein behauptest und dann bin ich so gnädig, dass ich dir das glaube, was du sagst. Das ist so eine unendliche Arroganz dazwischen. Jetzt machen wir das, jetzt drehen wir das rum, beweise es mir doch bitte, dass du es bist und dann glaube ich dir alles. In beiden Fällen hast du einen Beweis, aber einmal mit einer arschkriecherischen Demut und das andere Mal mit einer Arroganz. Genau, aber die waren zuerst, beide haben eins gemeinsam, sie wollen einen Beweis, der ihrer Logik logisch erscheint. Richtig, ja. Und ich sage, mit deiner Logik wirst du nicht weiterkommen. Nee. Ich schenke dir eine neue Logik, die ich dir anbiete und das Schöne ist, dass das deiner Logik nicht einmal, das ist die Sache wieder mit dem H. Dass deine Logik, ich nehme dir überhaupt nichts weg, sondern ich verändere dich, indem ich dir was Neues dazugebe. Genau. Das ist ein Unterschied, wo ich immer wieder sage, ob du von einer Perspektive, von einer Sekte, von einer einseitigen Denksystem mit Feinbildern in ein anderes Denksystem mit Feinbildern reinsprickst. Oder ob du dein Denksystem mit deinen Feinbildern, die letztendlich nur verkehrte Kehrseiten sind, die zu deiner eigenen Heiligung brauchst, dass ich dich auf die andere Seite setze und du das auch zu deiner Meinung machst. Mhm. Mhm. Das diskutiere ich auch nicht. Das ist immer, wenn du, Holofilling für Neugierige, ist so eine kleine Geschichte mit drin über Diskussionen und dass ich immer wieder sage, es hat jeder Recht. Ich sage das nicht, du hast Recht und ich habe meine Ruhe, sondern egal, was einer äußert. Ich bleibe einmal hier zu bei unserem Michael mit seinem Solipsismus. Der hat immer Recht, wenn er was sagt. Aber sehr, sehr einseitig und sehr, ich sage mal jetzt natürlich, das ist jetzt interpretiert. Es sind alles Interpretationen sehr aggressiv. Ich kann das anders auch sehen. Für mich sind das zuerst einmal nur Worte, wenn was auftaucht. Exakt. Genau. Ich rede jetzt als ein bewusster, normaler Mensch. Das ist der Zustand, den du dir jetzt aneignen solltest. Und da wirst du feststellen, dass sich Emotionen trotzdem in dir aufbauen. Es geht nicht anders, weil du noch ein Mich-A-Nie-Muss bist. Und erst mit dem Doppelschritt, wenn du zum Beobachter deiner Reaktionen wirst, kommst du in eine ganz eigenartige Form von Ruhe. Darum sage ich immer, immer wieder dieselben Sätze, wenn irgendwie diskutiert wird. Das kannst du ja einseitig, wenn einer sich nur einseitig äußert. Du beobachtest zuerst einmal, wie diskutiert wird. Und dann beobachtest du dich selbst, also deinen Avanti, deine Figur, dein Wertesystem. Bei welchen Aussagen du beiverklatscht und bei welchen Aussagen dir die Haare zu Berge stehen, wenn welche diskutieren. Du sollst dir nur bewusst machen, mit welcher Seite du sympathisierst, wo du zur Zeit stehst, was dir richtig erscheint. Und das ist ja auch richtig, weil jede Seite richtig ist. Hat ja jeder Recht. Aber mir geht es darum, dass du merkst, es geht gar nicht, dass du das verändern müsstest, sondern dass du dann die Demut hast. Jetzt wieder, was ist an der anderen Seite richtig? Was brauche ich dazu? Ich muss mich zuerst einmal leer machen. Ich muss meine komplette Sichtweise wegmachen, dass ich die andere Seite überhaupt sehen kann. Weil die wird sich massiv wehren. Ja. Um das nochmal einfach auszudrücken. Ja, aber es verändert sich ganz, ganz langsam. Und das, was du eben gesagt hast mit dem Satz, ich weiß, was du meinst vom Gefühl her. Weil ich kann ja von einer gewissen Vorwurtshaltung in einem Satz jemandem etwas vorwerfen und es hört sich so an. Oder ich kann wirklich dieses etwas bewerten und sagen, okay, ich werfe es. Und deswegen finde ich diesen Satz, den du sagst, jede Person, die in mir auftaucht mit dem Charakter, ich werfe niemandem vor, dass er so ist, wie er ist, wenn ich das beobachte. Und da ist dieser feine Unterschied, weil ich kenne das von mir, dass auch unbewusst so ein Vorwurfston im Satz steckt. Und jetzt taucht es immer mehr auf, ich kann dem doch nicht vorwerfen, dass er so ist. Schau mal, wenn du immer wieder, wenn du ganz alte, die einfachen, die ersten Selbstgespräche und Vorträge. Mein altes Zoo-Beispiel. Du bist in der Lage, dich an der ganzen Flora und Fauna, die du dir jetzt ausdenkst mit deiner Logik, was wir normale Welt nennen, mit Natur nennen, so wie die Biologie und die Zoologie dir das vorschreibt. Du kannst dich an diesen unendlichen Vielfalt von Erscheinungen, kannst du dich erfreuen. Und wie oft habe ich schon gesagt, wenn du durch einen Zoo gehst, du wirst gar nicht auf die Idee kommen, den wilden Tieren irgendwie was vorzuwerfen. Ich habe immer gesagt, du wirfst einen Regenwurm nicht vor, dass er nicht fliegen kann. Und einer Giftschlange nicht vor, dass er giftig ist. Das ist irgendwie, all diese, auch die Stinker, die sind alle irgendwie faszinierend zu beobachten. Keiner wird auf die Idee kommen, einen Löwen zum Vegetarier machen zu wollen. Das ist übrigens auch mit dir selber, wenn ich sage, als trocken nasen Affe in deiner momentanen Figur, bist du rein, körperlich vom ganzen Aufbau, was dein Konstruktprogramm jetzt macht, bist du ein Fleischfresser. Das heißt, wenn dir mal bewusst wird, wie voller Feindbilder Veganer sind und die ganzen guten Menschen. Weiß ich nicht, das ist die ganzen Bios, die nur Angst haben, dass sie irgendwas Giftiges oder was Verkehrtes essen. Das heißt, das esse ich nicht, das esse ich nicht, das will ich nicht. Das ist das Leid, das ist das Zertalen, das ist eine einseitige Logik. Die leiden ohne Ende, die haben selbstverständlich Phasen, wo sie immer sagen, mir geht es ja so gut. Aber die werden genauso wenig überleben, die werden sich wegrationalisieren. Das heißt, da sage ich jetzt definitiv, der Geist, der da dahinter steht, ist der Geist, der sich ausdenkt. Sie selber haben überhaupt keinen Kontakt dazu. Weil Kontakt zum wirklichen Geist, zu deiner höheren Ebene, kriegst du bloß mit einem allumfassenden Bewusstsein, du musst die Selektivität verlassen, dass du wirklich dieser allumfassende Geist, die rote Liebe wirst. Ja, ja. Die rote Liebe ist allumfassend. Habe ich so schön gesagt, die blaue Liebe ist selektiv. Richtig, ja. Und zu der selektiven Liebe, wenn ich immer sage, wir sind jetzt hier vor einem großen Buffet mit unheimlich vielen Essen, verschiedenen Science-Formen, die existieren, und du sagst jetzt, das esse ich und alles andere esse ich nicht. Das heißt, das bin ich und alles andere bin ich nicht, wenn wir das leidenisieren. Und das ist jetzt wieder das Meer, das Wellen aufschmeißt und behaupte, die Wellen sind gut, die bin ich, die mag ich, und mit allen anderen Wellen will ich nichts zu tun haben. Das ist jetzt wieder so ein Beispiel, das 100% sicher auf dem Punkt das Wesentliche aussagt. Du musst es nur verstehen, aber verstehen kann das nur der Geist, niemals ein Gedanke von dir selbst. Genau, ja, genau. Ich muss mal kurz Jupp auslassen. Alles klar. So, da bin ich wieder, ja, aber es ist spannend. Es ist spannend, wenn du wirklich einmal, es ist spannend, und du kannst auch immer wieder nur mit den Sätzen feststellen, wie dich das Leben immer wieder normal einhält, unabhängig jetzt von dem Wissen, was wir jetzt besprechen. Das macht die Lebendigkeit aus. Und darum erwähne ich dann immer auch, das wird im Alter, wenn das der Knick, das kannst du jungen Leuten eh nicht sagen. Das ist diese Bewusstseins-, sprich Bevölkerungskurve, sprich Lichtgeschwindigkeitskurve, wenn wir das in der Formel anschauen. Erst wenn du in die Nähe der Lichtgeschwindigkeit kommst, fällt es zusammen, und das ist jetzt der Punkt, wo man sagt den Menschen, das ist das letzte Stück in dem menschlichen Leben, wenn du vor der Verwandlung stehst. Vorausgesetzt, du bist jetzt nicht nur eine KI, nicht nur ein Programm, weil die Programme sind ja alle in dir. Ich habe das so oft angesprochen, immer wieder die schöne Metapher mit dem Computerspiel. Das ist das Konstruktprogramm, alles was prinzipiell auf dem Bildschirm auftauchen kann, ist auf diesem Konstruktprogramm, auf der DVD drauf. Und auf der DVD sind auch alle KIs zwangsläufig drauf, wie die reagieren, wenn sie auftauchen. Und eine einzige nehmen wir jetzt davon raus, die nehmen wir den Spieler, das ist dein blaues Ich. Und dieses blaue Ich bestimmt jetzt letztendlich mit seinem blauen Ich, kriegt das eine ganz bestimmte Perspektive, einen Traum. Wir können das austauschen, ich kann jetzt eine andere KI rausnehmen und zum Spieler machen, dann wird die sich für ganz was anderes interessieren. Dann taucht auf dem Bildschirm andere Bilder auf, das heißt die KIs sind eigentlich diese Programme, wo wir sagen, aber es ist eine Übergeschichte, dass wir jetzt praktisch das Videospiel, wenn ich mir das Wort GDA bringe. Das ist mittlerweile Besseres, aber da ist jeder Spieler, oder wir können das noch mehr reduzieren, wenn wir jetzt mal so eine ganz einfaches Aufbausimulation machen, wie Siedler oder Anno, wo man praktisch mit einem Arni, mit einem Schiff auf eine Insel, auf ein Ei kommt. Die Insel ist ja das Ei auch, das Nichts. Und das Arni kommt auf die Insel und jetzt musst du die Insel bevölkern. Da habe ich schon vor 20 Jahren gesagt, wenn da 500.000 Mann spielen, dasselbe Spiel spielen, wirst du feststellen, dass die Insel, die überall die Häuser anders hin machen, sich das ganz anders strukturieren mit demselben Spiel. Ja. Das ist jetzt eine sehr starke Vereinfachung und wenn wir jetzt Spiele haben, die KIs, wenn die vereinfacht sind, dass immer der Spieler letztendlich, das ist wie wenn du einen Film anschaust, wenn du jetzt einen interaktiven, wie ein interaktiver Film, wenn du so ein Obendeuer-Game spielst. Ich habe das erste Mal, ich habe noch nie so Computerspiele gespielt, aber Horizon heißt das. Das ist schon spannend. Warum? Warum hast du das noch nie gespielt, weil es bisher auf deinem Film noch nicht drauf war? Nee, und jetzt wurde ich neugierig und das ist ja wirklich spannend. Man kann sich da auch vollkommen drin verlieren. Das ist halt das Nächste, wo ich dir sage, das ist dann, kann man Weltflucht begehen, wo ja viele dann wieder kritisieren, wobei ich sage, das ist relativ, weil du bist in einem Computerspiel, auch wenn das extrem real ist, das hat bloß ein besserer Programmierer programmiert, wie die, die du dir ausdenkst. Das Prinzip ist komplett das gleiche. Und das ist jetzt nicht Science-Fiction, du wirst merken, umso mehr sich das jetzt weiterentwickelt, das spitzt sich immer mehr zu. Das heißt, was ich dir zur Zeit in deiner Führerscheinprüfungsbogen Traumwelt einspiele, ist zuerst einmal, dass dir immer mehr bewusst wird, dass du die ganzen Eliten deiner Welt vergessen kannst, so gescheit wie die daherreden. Da kann ich immer wieder nur sagen, bewundere nicht Intellekt. Das ist Schwamminhalt, sucht sich keiner raus. Ob einer Professor Doktor Doktor ist, ob einer ein Benner ist, ein Obdachloser ist, es sucht sich keiner seine Rolle aus. Es sucht sich keiner einen Schwamminhalt aus. Das heißt, diesbezüglich bist du als derjenige, der sich das jetzt ausdenkt, wohlgemerkt, du bist jemand, ein Ausgedachter, der sich andere ausdenkt. Träumende Geist wieder. Bist du wesentlich mächtiger, stehst du in der Bewusstseinsskala, in dem Moment, wo du dich als träumenden Geist setzt, schon weit, weit über den Figuren in deinem Traum, die kommen und gehen, die immer nur zeitweise Erscheinungen sind. Da wirst du merken, das gilt jetzt auch für den Kerstin Körb oder für den Udo. Oder wen auch immer. Du hast nur, du Geist, der du mir jetzt zuerst, hast zur Zeit dein Leben in dir laufen. Und das Konstruktprogramm im Hintergrund, da ist jetzt auch eine KI-Kerstin oder ein KI-Udo, die durchaus in dir auftauchen können. Und was hier natürlich das Problem ist, dass ich mit Intellekt, wenn ich meinen Intellekt, mein Wissen, meine Daten verändern, mir andere Vorstellungen machen kann. Das ist ganz normal. Das kann jeder normale Materialist nachvollziehen. Das heißt, ich kann jetzt ein Buch in die Hand nehmen. Buch ist jetzt ja mittlerweile nur noch, ich gehe ins Internet, ich schaue mir irgendeine Märchengeschichte an und dann kann ich was aufbauen in mir. Und bevor ich nicht einmal die Datei Schneewittchen geöffnet habe, gibt es bei mir auch keine sieben Zwerge hinter den sieben Bergen. Aber jetzt wird es natürlich interessant, dass für deine feinstofflichen Gedanken dasselbe gilt, wie für das, was du real nennst. Du brauchst bloß mehr Energie dazu. Und das ist natürlich jetzt interessant, was ich immer wieder anspreche. Wenn du jetzt zum Beispiel der Angela Merkel die Hand schütteln willst, dann kannst du die realisieren. Du musst aber Energie jetzt erst einmal reinstecken. Das heißt, du wirst dann dich schlau machen, wo die den nächsten Vortrag hält, vielleicht in die CDU eintreten, an CDU-Parteit auch. Irgendwann wirst du dich vordrängen. Und wenn du genug Energie reinsteckst, der die Hand schütteln zu wollen, dann wirst du die in deinem Gesichtsfeld materiell erleben und kannst dir die Hand schütteln. Genau. Das ist deine Logik, lässt es zu. Aber was jetzt interessant ist, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, kannst du den Einstein die Hand schütteln? Ich sage, du kannst den Einstein genauso die Hand schütteln. Aber die Grundvoraussetzung ist, dass du im tiefsten, dann sagst du mal, glaubst, dass der noch da außen rumläuft, auch wenn du nicht an ihn denkst. Was du ja bei der Angela Merkel zur Zeit machst. Das ist aber in deinem Glauben, dass der Einstein ja schon tot ist. Und weil das in deinem Glauben ist und deine Logik ja sagt, wenn er da tot ist, kann ich den nicht ja aufsuchen. Ich kann ihn nicht mehr materialisieren, weil er ja weg ist. Obwohl, der Einstein ist ja jetzt aufeinstofflich. Wir denken ja jetzt an den Einstein. Richtig, ja. Das heißt, dein tiefster innerer Glaube, dein tiefster innerer Glaube ermöglicht dir sogar, was zu materialisieren. Darum sage ich immer wieder, es wäre möglich, dass du übers Wasser läufst. Wenn das in deinem tiefsten inneren Glauben, in deinem Schwamminhalt drin ist, dass das geht, dann kannst du das auch realisieren. Wenn du sagst, das ist unmöglich, weil du irgendwelche physikalische Gesetze nachblabberst, dann ist es für dich unmöglich. Bloß der Witz ist, wenn du jetzt, ich habe mir das Beispiel fliegen können, Menschen, die fliegen können wie Vögel, würde das jetzt, würde das jetzt, würde das jetzt in deiner Logik als möglich programmiert sein, dann können die Menschen fliegen wie Vögel, bloß das große Problem ist, wenn das für dich programmiert logisch ist, ist das für dich überhaupt nichts mehr besonders, dir würde das gar nicht auffallen. Richtig, ja. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Darum sage ich immer wieder, wenn wir jetzt 30 Jahre zurückgehen, ein Handy wäre eine Sensation. Ich habe im letzten Selbstgespräch gesagt, jetzt mache ich Raumzeit, ich bewusst jetzt ausgedachte Vergangenheit. Ich wiederhole es nochmal, wie ich mich 1980 mein Tonstudio aufgebaut habe. und denke immer dran, ich habe angesprochen 76, nochmal hier und jetzt vier Jahre, noch weiter jetzt zurückgedacht. Saturday Night Fever, das war so die Hochphase, wo ich in die Diskotheke gegangen bin. Es hat nicht einmal einen CD-Player gegeben, der ist erst Mitte der 80er Jahre gekommen. Richtig, ja. Da kannte man keine CDs, geschweige denn Handys, noch sonst was. Oder wie ich dann immer wieder betone, dass in irgendwelchen Büros in der normalen Anwendung Computer gestanden wäre. Und die Welt war komplett dieselbe Welt. Du bist eigentlich jetzt eigentlich schon in dem Alter, wenn du jetzt zurückgehst, wenn du 15, 16, wie du das erste Mal in die Diskotheke gegangen bist, du bist jetzt langsam in dem Alter, wo du dir das eingestehen musst. War da die Welt irgendwie anders? Die war dieselbe Welt, mit dieselben Supermärkten. Du hast überhaupt nichts vermisst. Das ist diese Sache mit den Heroin. Hast du beim Rauschgiftsüchtigen? Dieser alte Spruch, hast du Probleme mit Heroin, mit Rauschgift? Mit Heroin, mit Rauschgift habe ich überhaupt kein Problem. Ohne habe ich die Probleme. Und jetzt gehen wir und nehmen den Kindern die Händen weg. Exakt, ja. Es ist die Droge. Es ist alles Droge. Das muss ich loslassen können. Deine Logik werde immer hundertprozentig erklären, dass du das brauchst. Warum du das brauchst. Setz dich einmal sehr intensiv mit Suchverhalten zusammen oder Alkoholismus. Ja, ja. Und selbst da kommt ja die... Müsst du Bänderschen lesen? Bitte? Das ist Bänderschen, ein absoluter Großgeist in einer Menschheitsgeschichte, den ich mir jetzt natürlich jetzt ausdenke und der nur deshalb ein Großgeist ist, weil ich ihn denke. Ja. Gregory Bänderschen, der hat ganz schwer zu lesen, kein Philosoph, aber ein hochgeistiger Mensch mit einer extremen Präzision von Beobachtung. Da kommt dieser Double-Bind. Ich habe das schon mal hier, diese doppelte Verknüpfungsfalle. Das wird jetzt zu weit führen, das zu erklären. Ich gehe an einigen Stellen, spreche ich das an in den Ohrenbauerungen. Das erfordert einfach nur eine präzise Beobachtung von dem, was da ist, wie du immer wieder wegklitscht, dass wenn ich mich jetzt über wen aufrege, wenn ich jetzt, mir sagen wir mal wieder, wenn einer sagt, die Holophisten, die leben das ja nicht, was der Udo sagt. Die Holophisten, die du dir in dem Moment ausdenkst, wenn du derjenige bist, der das in seinem Traum äußert, als diese Traumfigur, aufgrund seiner Logik, seines Programms, die können nicht anders sein, wie du sie ausdenkst. Das heißt schon wieder dieser Satz, ein bewusster Geist wird niemals irgendeiner Figur in seinen Traum vorwerfen, dass es so ist, wie er sie jetzt träumt. Und er wirft mit dem Doppelschritt auch sich selbst nicht vor, dass er das jetzt so denkt. Das ist Bewusstsein. Die Stelle kannst du jetzt vier, fünf Mal hintereinander nochmal zurückspulen und nochmal anhören. Wenn du das verstanden hast, hast du alles verstanden. So einfach ist es. Ja, es ist einfach. Das ist Bewusstsein. Du narrst dich immer wieder selber mit deiner einseitigen Rechthaberei. Mach dir bewusst, wo du einseitig reagierst. Genau. Jetzt wieder an die Geschichte mit dem blinden Arschloch denken. Du weißt, ich sag immer wieder dazu, du wirst 15 bis 20 Jahre brauchen, von dem ersten Mal hören, bis du es wirklich verstanden hast. Und ich sag dir jetzt gleich, wenn ich mir jetzt, muss ich natürlich wieder Figuren denken, die eh nichts begriffen haben, wenn ich jetzt meine Donis, meine Fettings, meine Inge, die seit 20 Jahren Holopheling intensiv studieren und jetzt auch alle über 70 sind, die sitzen jetzt mit einem breiten Grinsen da, wenn sie das hören, weil sie sagen, das stimmt. Ja, das wird doch spannend. Und man meint, man hat es schon verstanden, wenn man das das erste Mal hört. Es ist schlichtweg einfach, jeder Beobachter, der mit irgendeiner Information konfrontiert wird, mit der er nicht einverstanden ist, ist ein blindes Arschloch. Und jetzt können wir die Stufen durchgehen. Zuerst einmal mit einer ganz normalen Logik, wie du als normaler Materialist ein Leben lang gedacht hast, da bist du mit vielen Sachen nicht einverstanden, dann kommt jetzt schon der Sprung von dem kleinen Ich, ich bin ja nur dieser Körper, zu dem großen blauen Ich, ich beobachte mich dabei, wie ich mit etwas nicht einverstanden bin. Jetzt habe ich Holopheling, wenn ich mit etwas nicht einverstanden bin, dann bin ich ein blindes Arschloch. Und jetzt versuche ich mich zu verbessern. Ich versuche mir das abzugewöhnen. Jetzt hast du, du bist auf der nächsten Ebene auch schon wieder ein blindes Arschloch. Und erst mit dem Doppelschritt des Beobachters, der nicht mehr werdet, der einfach nur schaut, wie die Figur, die Rolle, das Programm, die Daten, die du jetzt beobachtest, die dir bewusst werden, dein Schwamminhalt, dein Konstrukt, Werte und Interpretationsmechanismus bei dir bewusst, was da noch fehlerhafte blinde Arschloch-Logik drin steckt. Und du freust dich jetzt, dass du das erkennst, ohne das verändern zu wollen. Das ist der Doppelschritt. Genau. Genau. Das ist der Doppelschritt. Wenn du ein blindes Arschloch bist, wird sich am Wesentlichen nichts verändern. Nein. Das Wesen, dein ist Licht, dein blaues Licht-Ich. Deswegen ist ihm ein blindes Arschloch zu sein und das Wesentliche verändert sich nicht, wenn du irgendwas anders haben willst. Nein, nein. Und in dem Moment, wo du mit allen absolut einverstanden bist, so wie ich, ich mach's jetzt mal wieder so, weil du weißt, dass die eine Seite, die Einseitigkeit des Problems ist. Ja. In dem Moment hat sich das Wesentliche verändert. Weil dein Wesen ist jetzt plötzlich kein blindes Arschloch mehr zu sein. Und du wirst jetzt merken, wie hartnäckig du immer wieder in die Vergessenheit fällst. Ja. Bis du dann in den Knick kommst, dass dein Bewusstsein aus der Raumzeit hier in die Transversale geht. Diese schöne Kurve, wo ich so oft zeichne. Das passiert von alleine. Das ist das Schöne. Olo Fiedling ist an keine Bedingungen genüpft. Das ist genau, das passiert von alleine. Das kostet auch nichts. Weißt du, wenn du bist ich, wenn du reinspringst, in den Finanzamtbrief, wo ich dann klipp und klar sage, wenn mein Menschensohn in dir auftaucht, egal als wäre, ich mach das jetzt nicht fest an Udo. Das kann jetzt sein, dass der Redo sich mit jemandem unterhält. Dann ist der Redo oder die Kerstin sich mit jemandem unterhält. Du hast merkt, ich inspiriere dich dann sowieso. Ich spreche eh dann durch dich. Ja, oh ja. Das sind auch so viele Sachen. Das ist alles Lernprozess. Es bleiben trotzdem Selbstgespräche. Ja, aber das ist spannend. Das habe ich schon sehr viel mitgekriegt. Ja, das ist so. Wenn du wirklich daneben dir stehst und dich selber beobachten kannst, es sind so viele Sachen, was dir plötzlich einfällt. Die sind ganz entsetzt und sage, das war ich jetzt gar nicht. Das ist, wenn sie zum Erklären anfangen und sich eingestehen müssen, dass sie dann in der Erklärung viele Beispiele bringen, die sie eigentlich, obwohl sie das zum Erklären benutzen, auch zum ersten Mal hören, weil ich es genau in dem Moment in ihnen auftauchen lasse. Das sehe ich. Ja, das stimmt. Ja, ja. Aber es ist es schön, ja, so gut in den Du-bist-ich-in-diesen-Finanz-Anbrief, in Du-bist-ich-astern, wenn dann mein Menschensohn in dir auftaucht, das ist das Erste, du musst nirgends eintreten, nirgends austreten und wenn er dir eine Weisheit schenkt, dann ist das deine Weisheit. Ich erwarte dir nicht, dass du dann sagst, der Udo hat gesorgt. Das ist was ganz, was universell ist. Das hat auch mit dem Udo, dem wir uns jetzt ausdenken, überhaupt nichts zu tun. Das ist die andere Ebene. Das ist, wenn du das lebst, das ist dein Wissen, das ist deine Weisheit und mach damit, was du willst. Das ist komplett, das ist ein Geschenk. Ich rede nicht von Energieausgleich. Oder wenn immer dieses komische Sektengeschwätz, wenn kommt, mit Energieausgleich. Ich sage, ich habe so viel Liebe und Weisheit in mir, dass ich es her schenken kann. Ich erwarte nicht, dass ich was zurückbekomme. Nein. Und du kannst ja nirgends eintreten und nirgends austreten, weil ich gerade gesagt habe, wir lassen deine momentane Rolle, die ich festgelegt habe, die du beobachten sollst, lassen wir vollkommen unangetastet. Ja. Ja. Und jeder, der jetzt das Spiel, jetzt müssen wir wieder Zeitspanne, je nachdem, 10, 15 Jahre oder was verfolgt oder 20 Jahre verfolgt, der wird es bestätigen, dass ich dann immer wieder sage, wenn du dann fragst, was wollte der eigentlich, das sich an dir verändert, es verändert sich von selbst. und du bist der Richter über alles und jeden. Wohlgemerkt, ich sage das jetzt zu dem Geist, der mir zuhört. Ja. Und du benutzt zum Richten ein Gesetzbuch, das ist dein Intellekt. Aber ist das dein Intellekt, das ist dein Schwamminhalt. Genau. Du bestimmst doch, wie irgendwas funktioniert, ob die Welt eine Scheibe ist oder Kugel ist oder Hohlkugel ist oder ein Traum ist. Ja. Mit dem Intellekt, das ist dein Gesetzbuch. Aber es ist doch gar nicht dein Gesetzbuch, es ist ganz unvollkommene Gesetze. Um das nochmal in Erinnerung zu rufen, wo ich sage, was hat der Richter im Dritten Reich, dass wir uns jetzt ausdenken, in der DDR, die wir uns jetzt ausdenken und in der Bundesrepublik Deutschland gemeinsam. Sie richten einseitig, sie urteilen einseitig nach einem Gesetz, das nicht ihr persönliches Gesetz ist, sondern vorgegeben wurde. Und die extrem ungerecht sind. Oder wenn du dir jetzt über Demokratie Gespräche anhörst, Diskussionen, ist ja sehr aktuell. Gerade in der alternativen Szene. Keiner bezweifelt, dass die Demokratie gut ist. Es ist nur zur Zeit diese verlogene Demokratie. Es sind doch nicht diese verlogenen Politiker, die ich dir einspiele. Wie viel Scheiß muss ich dir eigentlich noch einspielen, wo ich immer wieder sage, so blöd können doch Menschen gar nicht sein. Ich sage, Affen sind so blöd. Die effen einfach nach. Aber das Problem sind nicht, diese Politiker macht dir mal Gedanken, wie unendlich dumm müssen die Parteigänger sein, die die nach wie vor noch wählen, wenn es da eine Wahl gibt. Das ist zum Beispiel alle SPDler, die immer noch dahinter hängen, weil die letztendlich nur ihr eigenes Spiegelbild vor sich haben. Das ist wie Kürchen. Es ist wie Kürchen. Wenn dir nicht das nicht bewusst ist, jeder, der hier überhaupt kommt in einer Hierarchie. Weißt du, ich kritisiere jetzt nicht die Fehler, die ich erschaffen habe. Nee. Das ist, wenn du den Eindruck hast, dass ich jetzt irgendwas kritisiere, was ich erschaffen habe. Ich bin jetzt auf Forschunglehren und ich erkläre, warum ich die Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen reinmache. Nicht um die zu kritisieren, sondern fang einmal selber zum Denken an und dann schau in dein Programm rein, wie weit du das selber noch machst, in Kleinigkeiten, wenn es dich betrifft, wenn es um deinen eigenen Arsch geht, wie weit du bereit bist, deine kleine Inkel von Sicherheit, die du um dich herum aufgebaut hast, zu verlassen, oder wie dir der Arsch auf Grundheiß geht, wenn da nur ein Hauch da ist, dich auf die Straße zu setzen. Ja. Wie du sofort wieder in deine schöne Normierung hineinfällst. Richtig. Das ist bei jedem in einer Hierarchie, da geht es um Posten, da geht es um Verlogenheit, da geht es dann um die Partei, um die Merkel jetzt zur Zeit. Mhm. Das sind Figuren, schau einfach wie in einer Märchengeschichte, das sind Märchenfiguren. Ja. Tausende Male, sage ich, es ist die Zeitgeschichte, ein Hitler, es sind Märchenfiguren. Und ob der gut oder böse war, das ist bestimmt nicht die Figur, die du dir ausdenkst, sondern du. Genau. Und das, was ich jetzt alternativen Fakten nehme, wo auch so, es gibt ja, für einen Materialisten gibt es ja nur eine einzige Wirklichkeit, nämlich die, an die er glaubt. Das ist ein totaler Blödsinn. Es ist wie in einem Videospiel komplett austauschbar. Und da wirst du dann feststellen, sobald einer hier das offizielle Wissen, den du bisher angehängt hast, dieser Sekte, dieser Meinung, es ist eine Sekte. Ja. Die offizielle bundesdeutsche Nachkriegsgeschichtsprogrammierung ist das, was du, wenn du das Zeitfenster weiter aufspannst, es ist in einem Fort immer wieder dasselbe. Die Kriegsgewinner bestimmen, was dann Vergangenheit war. Es ist noch nie anders gewesen und es wird auf dieser Ebene der Dimensionen, der Perspektiven, wird es auch nie anders sein bis in alle Ewigkeiten. Der Ausweg ist nicht irgendwo in der Zukunft zu finden, sondern im Hier und Jetzt auf einer höheren Ebene. Und solange sich welche drum streiten, ob das jetzt der Kreis oder der Dreieck ist, wissen sie nicht, was ein Kegel ist. Aber das wird mal weniger. Ob rechts oder links richtig ist. Ja, ja. Und da wirst du merken, dass hier wirklich, das Thema hat man jetzt erst, jetzt sage ich mir, wir denken uns jetzt in so eine kleine Gesprächsrunde aus, dass man mit tiefem, stilles Eingeständnis und Schweigen, wie ich das so schön nenne, dass die einfachsten Sätze von mir, die ich jetzt immer wieder wiederhole, wo ich sage, wenn du einen verstehst, hast du alles verstanden? Dass ganz normale, hochgebildete Menschen kommen mit diesen einfachen Sätzen überhaupt nicht zurecht. Nur wenn ich sage, es ist hundertprozentig sicher, wenn du an was nicht denkst, da existiert es nicht. Du wirst merken, da wird ein massiver Schwall von Hass und Gegenargumenten dich treffen und da merkst du, es ist vollkommen sinnlos. Jetzt habe ich auch wieder so einen schönen Satz. Es gibt nichts Dümmeres, Geistloseres wie einen, der versucht, einen geistlosen Dummkopf zu erklären, dass er ein geistloser Dummkopf ist. Das ist ungefähr so, wie wenn du jetzt versuchst, einen Computer zu erklären, dass er keine Ahnung hat, weil er nur ein Haufen Materie ist. Aber was ist ein normaler Mensch bei eigener Definition? Ja. Einfach nur ein Haufen Materie. Vergänglich, er ist nichts anderes. Haben wir so oft gehabt, was ist ein Mensch und was ist ein Computer? Ja. Setze Körper versus Gehäuse, setze Gehirn versus Computerchip, Rechner, setze Intellekt versus Programm, Software, setze Sinnesorgane, Lautsprecher-Bitcher. Ja. Die größere Frage ist, wer denkt sich das jetzt aus? Na, ich. Was ist ich? Ich bin du. Egal, an was du jetzt denkst, es bist nicht du. Weil dann magst du nicht sowas ausgedacht. Ja. Und alles, was du dir ausdenkst, ist vergänglich. Genau. Und dort auch keiner, den du dir ausdenkst, wird überleben. Nichts wird überleben. Nicht einmal ein ausgedachter Gott überlebt, weil der nur existiert in dem Moment, wo du ihn denkst. Jetzt kannst du ins Internet gehen oder in große Bibliotheken gehen und schauen, diese Tausende, diese Hunderttausende von Büchern in einer Unzahl von Sprachen, die man uns ausdenken, diskutiert wird, ob Gott existiert oder nicht existiert. Ein kleiner Satz, wo ich dir gerade gesagt habe und es ist von Tisch, du müsstest nur wissen, was das Wort Existenz bedeutet. Genau. Existere, herausdrehen. Genau. Aus wem dreht er heraus, der Gott in mir uns jetzt ausdenken. Auch der ist nur ein Geschöpf. Ja, genau. Und darüber diskutiere ich nicht. Glaub mir, das setzt sich am längeren Hebel. Aber jetzt ist das Schöne, dass ich den Figuren, den reinen ausgedachten Figuren, von denen erwarte ich nichts. Darum sage ich ja, du musst die Kerstin, ich erwarte von der Kerstin nichts und ich erwarte überhaupt nichts von dem, der du jetzt zu sein glaubst. Ich sage dir nur, solange du dich selbst zum Affen magst, weil du dem Geschwätz deiner Naturwissenschaftler Glauben schenkst. Letzten Selbstgespräch habe ich gesagt, du wirst irgendeinen Punkt kriegen, wo du angewidert bist im Angesicht dieser unvorstellbaren, materialistischen, religiösen und esoterischen, geistlos nachgeplapperten Rechthaberei. Ja. Nee, das... Und dann wirst du dich allein filmen, vollkommen allein filmen. Ja. Und dann wirst du dich wieder vielleicht flüchten in einen Holophilien-Chat und dann diskutieren sie wieder oder dann schauen sie sich wieder hoch. Und das ist, es ist aber doch auch wieder nur Gedanken. Die ganzen, die ganzen Geistesfunken, die wir uns jetzt ausdenken, das ist nicht der eine Geist und dann doch wieder irgendwie. Und immer daran denken, ich habe jetzt das nicht der Kastin erzählt, sondern dir. Nein. Dir Geist, dir, der du dir jetzt dieses Gespräch anhörst. Ja. Und jetzt lassen wir es gut sein. Ich danke dir. Ich wünsche dir das. Ich dir auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.